Bibi-Milanzierung Ach, hallo. Nicht so laut. Mein Kopf. Also, Bibis Früchtebowle. Köstlich, aber... Uiuiuiuiuiui. Die hatte es in sich. Ja, die Sause ging auch deutlich länger als geplant. Dementsprechend müde bin ich. Aber die Stimmung auf der Party war spitze. Ich hoffe, ihr seid ähnlich fröhlich in das neue Geschäftsjahr X2 gerutscht, liebe künftige Bilanzierungsexpertinnen und Bilanzierungsexperten. Ach nein, das künftige wollten wir ja weglassen, aber... Och, was ist das? Ich traue meinen Augen nicht. Bibi, die erst vor wenigen Stunden den letzten Gast verabschiedet hat, steht jetzt schon wieder mit einem Besen laut singend im Nice Cream und... Tja, was macht sie eigentlich mit dem Besen? Fegen oder tanzen? Bibi scheint gar nicht zu merken, dass da gerade Bilanz den Laden betritt. Aber auch er scheint bester Laune zu sein. Merkwürdig. Er muss doch sogar nach mir nach Hause gegangen sein. Wie kann er dann jetzt schon so laut pfeifend und mit funkelnden Augen auf das Nice Cream zusteuern? Ach, Hallöchen, Bibi. Na? Oh, oh, äh, hi, Bill. Huch, ich hab dich gar nicht kommen hören. Du hast so laut gesungen, da ist also... Ja, ich hab halt gute Laune. Wieso, ist das schlimm? Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich auch, ich auch, ne? Ja. Na nun, wieso sind die beiden denn so verlegen? Und wieso funkeln Bill's Augen so merkwürdig? Habe ich etwas verpasst? Oder hatte ich womöglich gestern doch ein Gläschen Früchtebowle zu viel? Aber sag mal, was machst du eigentlich schon wieder hier? Ja, was für eine Frage, Bibi. Also, ich bin aus diversen Gründen hier. Erstens wollte ich dir nochmal hochoffiziell zum Beginn des zweiten Geschäftsjahres des Nice Cream gratulieren. Oh, danke. Was ja gewissermaßen auch unser Jahrestag ist. Denn seit exakt einem Jahr stehe ich dir mit Rat und Tat in Sachen Buchführung zur Seite, wo wir ja auch bereits beim zweiten Grund meines Erscheinens wären. Wir wollen heute ja deine Konten, die wir gestern geschlossen haben, wieder feierlich für das neue Geschäftsjahr eröffnen. Und nicht zu vergessen wollen wir deine Eröffnungsbilanz aufstellen. Ach so, ja, wollten wir das echt? Oh, ich kann mich eigentlich gar nicht so richtig mehr an gestern erinnern. Aber das könnte auch dran liegen, dass ich das ein oder andere Gläschen zu viel hatte. Du erinnerst dich an rein gar nichts mehr? Also, so wirklich an nichts heißt das etwa, du erinnerst dich auch nicht mehr an diese Sache, die um Mitternacht zwischen uns passiert ist? Ja, also dieses, ja doch, also doch, da erinnere ich mich schon dran. Mensch, habe ich da denn etwas verpasst? Was denn für eine Sache? Wisst ihr da mehr, liebe Bilanzierungsexpertinnen und Bilanzierungsexperten? Mir scheint, ich habe da gestern so einiges nicht mitbekommen. Zum Glück, da bin ich ja erleichtert. Da muss ich nämlich die ganze Zeit dran denken. Und ich dachte, wir können später, wo ich doch schon mal hier bin, auch kurz drüber sprechen. Aber lass uns erst mal auf die Eröffnungsbilanz und die Buchungen konzentrieren. Das hat ja jetzt oberste Priorität. Bibi atmet halbwegs erleichtert auf. Und dieses Mal setzt sie sich sogar ganz ohne Protest mit Bill an den Schreibtisch. Jetzt bin ich aber sehr neugierig, liebe Buchführungsfreunde. Was ist wohl um Mitternacht zwischen den beiden passiert? Okay, Bill, wo starten wir denn am besten? Die Endbestände meiner Bestands- und Erfolgskonten haben wir ja gestern gemeinsam in das Schlussbilanzkonto beziehungsweise ins GUV-Konto gebucht und daraus dann die Schlussbilanz und GUV gebastelt. Also ich fände es jetzt am einfachsten, wenn ich einfach alle Konten wieder bei Null starte. Oder was meinst du? Um Himmels Willen, Bibi, nein, bei Null starten. Viele Beziehungen aus dem Vorjahr nimmst du doch auch mit ins Neujahr. Oder starten wir zwei auch wieder bei Null? Ja, das hoffe ich doch mal nicht. Ja, stimmt. Also im Vergleich zu vor einem Jahr mag ich dich heute echt viel lieber. Das sollten wir lieber nicht wieder auf Null setzen. Da bin ich ja beruhigt. Also dann denk doch mal ganz logisch. Was zeigt uns denn die Schlussbilanz zum 31.12.X1? Naja, die zeigt uns den Bestand an Vermögen und Schulden beziehungsweise den Bestand des Eigenkapitals des Nice Screams zum Stichtag an. Ja, eben ganz genau. All diese Werte haben sich doch nicht plötzlich in Luft aufgelöst, nur weil ein neues Geschäftsjahr angebrochen ist. Das wäre ja schlimm. Schau dich doch mal um. Dort vorne steht deine Kühltruhe. Da hinten deine Eismaschine. Ist alles noch da. Wir müssen es also schaffen, die Werte vom 31.12. in das neue Jahr zu übertragen. Ach so, ja. Ist eigentlich auch logisch. Ich bin wohl noch ein bisschen müde und naja, auch irgendwie ein bisschen durch den Wind. Ja, kein Problem. Das kann ich gut verstehen. Aber ich bin ja da und es ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert. Gemäß den GOBs und den Vorschriften der Paragrafen 246 bis 251 HGB muss die sogenannte Eröffnungsbilanz eines Jahres, nämlich alle Vermögensgegenstände beinhalten, die zum Stichtag, bei dir also der 31.12., dem Unternehmen gehörten. Nicht zu vergessen den damit einhergehenden Stand deines Eigen- und Fremdkapitals. Die Schlussbilanz von X1 ist also zugleich die Eröffnungsbilanz von X2. Nach dem Grundsatz der sogenannten Bilanzidentität müssen beide inhaltlich identisch sein. Okay, das ist ja dann leicht. Dann kopiere ich einfach mal die Schlussbilanz von X1 und schreibe Eröffnungsbilanz X2 drüber? Ja, genau. Um von der Schlussbilanz zur Eröffnungsbilanz des nächsten Geschäftsjahres zu kommen, muss eigentlich eben nur die Überschrift geändert werden. Ist ja auch logisch, denn wir machen im nächsten Geschäftsjahr, also heute, am 01.01.X2, genau dort weiter, wo wir gestern am 31.12.X1 aufgehört haben. Achso, tun wir das, Bill, ja? Also machen wir beide auch dort weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ach, Bibi, jetzt hört auch mal auf. Du bringst mich ja völlig aus dem Konzept. Entschuldigung. Ich bin ja, also, genau. Wir übernehmen alle Positionen und Bestände aus der Schlussbilanz. Allerdings nennen wir die Positionen Jahresüberschuss in Gewinnvortrag um. Denn das ist der Gewinn aus dem Vorjahr, den wir noch nicht anderweitig verwendet haben und wir somit in das neue Geschäftsjahr vortragen. Deshalb Gewinnvortrag einen aktuellen Jahresüberschuss am 01.01.X2 haben wir ja noch nicht. Ja, das ergibt Sinn. Aber Achtung, die Eröffnungsbilanz erfasst die Bestände der verschiedenen Bilanzpositionen zum Stichtag. Das erkennst du auch gut daran, dass hier aktiver und passiver drüber steht, kein Soll und Haben. Achso, stimmt. Ja, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, siehst du mal. Aber bitte erinnere dich. Ja, das mit dem Erinnern fällt mir heute sehr schwer. Bitte erinnere dich daran, dass die buchhalterische Erfassung von Geschäftsvorfällen nie direkt in der Bilanz erfolgt, sondern auf einzelnen Konten. Damit wir in X2 auch wieder einzelne Geschäftsvorfälle verbuchen können, müssen wir also die aggregierte Bilanz wieder in Bestandskonten zerlegen. Das heißt, wir müssen zu Beginn des neuen Geschäftsjahres die in der Eröffnungsbilanz erfassten Bestände auf die entsprechenden Bestandskonten geschickt transferieren. Okay, und wie transferiere ich das? Ach, Bibi. Natürlich wieder mit unserem Zauberspruch Soll und Haben. Mit Verlaub, liebe Buchführungsfreunde, Soll und Haben kenne ja selbst ich inzwischen schon im Schlaf. Bibi scheint wirklich durch den Wind zu sein. Aber du hast doch gerade selbst gesagt, dass wir in der Bilanz kein Soll und Haben, sondern nur aktiver und passiver drüber stehen haben. Ja, das schon. Aber wir Bilanzierer wissen uns glücklicherweise immer aus solch scheinbar unlösbaren Situationen zu helfen. Wir transferieren nämlich die Bestände aus der Eröffnungsbilanz mit Hilfe des wunderbaren sogenannten Eröffnungsbilanzkontos, auch liebevoll als EBK bezeichnet. Und was ist so wunderbar am EBK? Das Eröffnungsbilanzkonto ist ein rein formales Hilfskonto, das wir benötigen, um der doppelten Buchführung, der Doppik, gerecht zu werden. Um zum Eröffnungsbilanzkonto zu kommen, spiegeln wir die Seiten der Eröffnungsbilanz ganz einfach und ersetzen die Begriffe aktiver und passiver durch Soll und Haben. Spiegeln? Also die Passiver der Eröffnungsbilanz kommen auf die Soll-Seite des Eröffnungsbilanzkontos und die Aktiver auf die Haben-Seite des Eröffnungsbilanzkontos? Exakt korrekt. Lass uns das doch mal direkt machen. Okay. Aber ist das Eröffnungsbilanzkonto dann wirklich einfach ein typisches T-Konto mit einer Soll- und einer Haben-Seite? Ja, sag ich doch. Das Eröffnungsbilanzkonto ist spiegelbildlich zur Eröffnungsbilanz aufgebaut, sodass eben aktive Positionen im Eröffnungsbilanzkonto auf der Haben-Seite und damit rechts stehen und passive Positionen im Eröffnungsbilanzkonto auf der Soll-Seite, also links. Alles aus rein buchungstechnischen Gründen, damit wir die Werte als sogenannte Anfangsbestände gleich ganz getreu mit unserem Zauberspruch Soll an Haben auf die Bestandskonten transferieren können. Aha. Wir brauchen das Eröffnungsbilanzkonto also sozusagen nur als Vermittler zwischen der Bilanz und den Bestandskonten. Das ist aber ganz schön umständlich. Ja, manchmal braucht man halt jemanden, der einem ein bisschen auf die Sprünge hilft. Ist doch wie im echten Leben. Aber diesen kleinen Umweg nehmen wir gerne in Kauf, wenn wir final an unser Ziel kommen. Wie wahr, wie wahr? Ja, stell dir mal vor, wir würden versuchen, direkt die Endbestände vom Schlussbilanzkonto als Anfangsbestände auf die Bestandskonten zu buchen, dann würde unser Leitspruch Soll an Haben nicht mehr funktionieren und unsere Bücher sozusagen völlig im Chaos und Anarchie ausgesetzt sein. Ach, jetzt übertreibt man nicht, Bill. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Beispielsweise stehen die Endbestände der Aktivkonten ja auf der Soll-Seite des Schlussbilanzkontos. Und wir wollen die Anfangsbestände der Aktiven Bestandskonten ja auch wieder auf der Soll-Seite stehen haben. Exakt korrekt. Wir können unmöglich Soll an Soll buchen. Ja, wirklich ganz undenkbar, Bill. Da schüttelt es mich ja fast selbst. Gut, dass du deine Buchhalterseele das mittlerweile ähnlich sieht. Bill, ich habe keine Buchhalterseele. Ich habe das Unternehmergen in mir. Gut, ist ja gut. Was auch immer du in dir hast, vor dir hast du nun auf alle Fälle gleich das Eröffnungsbilanzkonto, welches eben die Bestände aus der Eröffnungsbilanz als sogenannte Anfangsbestände aufnimmt. Die Konten der Aktivseite werden im Haben des Eröffnungsbilanzkontos aufgenommen und die Konten der Passivseite der Eröffnungsbilanz im Soll. Indem wir die Bestände der Bilanz also einmal im Eröffnungsbilanzkonto spiegeln, können wir alles in gewohnter Ordnung mit Soll an Haben als Anfangsbestände auf unsere Bestandskonten von X2 buchen. Das heißt ja, letztendlich müssen wir für jede Bilanzposition mindestens ein separates Bestandskonto eröffnen, oder? Exakt korrekt. Und die Werte in der Schluss- bzw. Eröffnungsbilanz stellen eben die Anfangsbestände der Bestandskonten dar. Und wie immer gilt, bei Aktivkonten stehen die Anfangsbestände im Soll, bei Passivkonten im Haben. Okay, und nun buche ich also die Anfangsbestände immer mit Eröffnungsbilanzkonto an passive Bestandskonten und aktive Bestandskonten an Eröffnungsbilanzkonto ein? Korrekt. Genau das ist die Buchungssystematik für die Eröffnungsbuchungen der Bestandskonten. Mach das doch bitte direkt mal. Du kannst Eröffnungsbilanzkonto mit EBK abkürzen, denn wir haben ja nicht so viel Zeit und gleich noch etwas Wichtiges zu besprechen. Und schließlich haben wir da etwas gehabt, von dem ich mich frage, ob es so sein soll. Prompt wird Bibi rot im Gesicht. Was ist denn da bloß los? Mein Eindruck ist, dass Bill hier gerade nicht über Soll und Haben in einem Buchungssatz spricht, sondern über gestern Abend. Äh, also lass uns doch erst einmal die aktiven Bestandskonten einbuchen. Fangen wir mit der Eismaschine an. Hier buche ich im Soll das Bestandskonto Eismaschine, um das Konto wieder für die Buchung im Laufe des neuen Jahres zu eröffnen. Und die Gegenbuchung muss ja irgendwo hin. Und da wir nicht so recht wissen, wohin, hilft uns hier unser Freund das Eröffnungsbilanzkonto, quasi als Vermittler. Ich buche also Eismaschine an EBK mit je 9.843,74 Euro. Genau. Prima, Bibi. Du hast es verstanden. Dann mach gleich den ganzen Rest in einem Rutsch durch. Gefrierschrank an EBK mit je 4.500 Euro. Kühlschrank an EBK mit je 1.977,50 Euro. Profimixer an EBK mit je 1.000 Euro. Küchenmaschine an EBK mit je 4.86,50 Euro. BGA an EBK mit je 9.600 Euro. Fahrrad an EBK mit je 3.42,86 Euro. RHB an EBK mit je 1.23,24 Euro. Fertigungsmisse an EBK mit je 1.81,70 Euro. Forderung und Auslieferung an EBK mit je 700 Euro. Bank an EBK mit je 16.192,91 Euro. Kasse an EBK mit je 3.758,94 Euro. Arab an EBK mit je 800 Euro. Wirklich wunderbare Eröffnungsbuchungen, Bibi. Und da du ja jetzt ganz außer Atem bist, übernehme ich nun die Eröffnung der Passivkonten. Einverstanden? Ach, nur zu gerne. Na, dann legen wir mal mit dem Eigenkapital los. Das Eigenkapitalkonto ist, wie du weißt, ein passives Bestandskonto, das sich im Haben erhöht. Also lautet die grundsätzliche Buchungssystematik Eröffnungsbilanzkonto an Eigenkapital. Genau. Und der einzubuchende Betrag lautet 28.328,95 Euro, oder? Das ist ja die Summe meines Eigenkapitals. Theoretisch und in Summe hast du recht, Bibi, aber unser Eigenkapitalkonto hat ja einige Unterkonten. Ich würde hier gerne zumindest den Gewinnvortrag, also den Jahresüberschuss aus letztem Jahr, nochmal gesondert in ein Unterkonto einbuchen und von deinem eingelegten Kapital unterscheiden, damit wir genau wissen, welches Eigenkapital du selbst ins Nice Cream eingelegt hast und welches Eigenkapital durch deine geschäftliche Tätigkeit erwirtschaftet wurde. Na gut, wenn du meinst. Meine ich. Also Eröffnungsbilanzkonto an Gewinnvortrag in jeweiliger Höhe von 9.743,71 Euro. Den Rest des Eigenkapitals, also dein eingelegtes Kapital, buchen wir auf ein anderes Unterkonto des Eigenkapitals, nämlich so Eröffnungsbilanzkonto an eingelegtes Kapital mit je 18.585,24 Euro. In diesem Betrag steckt der Saldo deines Kapitalkontos von 20.000 Euro abzüglich des Saldos des Privatkontos in Höhe von 1.400,14 Euro und 76 Cent. Ah, okay. Das Privatkonto verrechnen wir sozusagen mit meinem bei Gründung eingelegten Kapital von 20.000 Euro. In dem Fall ziehen wir etwas ab, weil ich mehr Entnahmen hatte als Einlagen. Und zusammen ergibt das dann die Unterposition eingelegtes Kapital, richtig? Richtig. Heutzutage machen die Buchhaltungssoftwares all diese Eröffnungsbuchungen übrigens eigentlich per Knopfdruck automatisch. Aber mir geht es nur darum, dass du die Buchungssystematik dahinter verstehst. Ich mache daher jetzt mal mit den anderen Passivkonten weiter. Die sind weitaus unkomplizierter als das Eigenkapitalkonto mit seinen Unterkonten. EWK an Prozesskostenrückstellung mit je 500 Euro, EWK an Bankkredit mit je 19.256 Euro, EWK an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung mit je 1.190 Euro, EWK an Umsatzsteuer mit je 1.259,78 Euro und zum Schluss noch EWK 50 Euro an PERAP 50 Euro. Weißt du, was ich mich frage? Nein. Also die Bestandskonten habe ich jetzt feierlich eröffnet, aber was ist mit den Erfolgskonten? Erfolg will ich unbedingt auch im neuen Geschäftsjahr haben. Eine pfiffige Frage. Im Gegensatz zu den Bestandskonten zeigen Erfolgskonten keinen Bestand. Wie du weißt, daher haben sie auch keinen Anfangsbestand und werden deshalb jedes Jahr mit dem Saldo Null eröffnet. Ja, irgendwie logisch. Wir haben ja die Salden der Ertrags- und Aufwandskonten miteinander verrechnet und somit meinen im GOV-Konto ermittelten Jahresüberschuss ins Eigenkapital gebucht. Damit sind die Erfolgskonten ja irgendwie leergeräumt. Genau. Im Folgejahr fangen die Erfolgskonten sozusagen wieder von vorne an. Neues Spiel, neues Glück, neue Chance auf Erfolg. Eben ganz im Gegensatz zu den Bestandskonten. Die heißen ja Bestandskonten, weil sie einen dauerhaften Bestand aufweisen. Und heute am 01.01.X2 beträgt dein Erfolg eben noch Null. Noch Null, lieber Bill. Noch Null. Wobei die Silvesterparty ja schon recht erfolgreich war. Da zwinkert Bibi unserem Bill doch tatsächlich schelmisch zu. Und was macht Bill? Der schaut mit hochrotem Kopf auf den Boden. Ähm, ja. Aber zurück zu den Erfolgskonten. Da wir bei den Erfolgskonten keinen Anfangsbestand einbuchen müssen, eröffnen wir das entsprechende Konto in dem Moment, in dem wir es zum ersten Mal in einem Buchungssatz ansprechen, sobald sich ein entsprechender ökonomischer Geschäftsvorfall auftut. Ah, da freue ich mich bereits jetzt drauf. Ich habe mir nämlich als guten Vorsatz fürs neue Jahr viele erfolgsversprechende Buchungen vorgenommen. Noch mehr als im letzten Jahr. Gut, oder? Ja, sehr gut. Aber darf ich dich daran erinnern, dass auch Aufwandskonten zu den Erfolgskonten gehören, nicht nur die Ertragskonten, liebe Bibi? Ja, natürlich. Aber Bill, wenn ich das richtig sehe, dann sind wir doch jetzt fertig, oder? Ökonomische Sachverhalte werden sich nämlich hier heute ganz bestimmt nicht mehr auftun. Und mich überkommt gerade so eine unfassbare Müdigkeit. Naja, also buchhaltungstechnisch haben wir in der Tat alles für ein erfolgreiches neues Geschäftsjahr vorbereitet. Aber eine Sache würde ich gerne noch mit dir besprechen, liebe Bibi. Äh, Bill, ja, was? Naja, also unser, du weißt schon, unseren Kuss halt, also den fand ich sehr schön und ich wollte fragen, naja, aber weiß auch nicht, bedeutet dir das vielleicht auch etwas? Bibis Gesicht nimmt plötzlich eine Farbe an, die mich stark an ihr Kirschmarmeladeneis erinnert. Und es scheint mir, als würde sie am liebsten so schnell wie möglich davonrennen. Also Bill, was genau das zu bedeuten hat, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so genau. Ich war irgendwie so glücklich, dass ich letztes Jahr trotz all der harten Arbeit so bezahlt gemacht habe und das Nice Scream so erfolgreich war. Und eventuell habe ich auch ein paar Mal zu viel auf meinen Jahresüberschuss angestoßen. Und ich bin dir ja auch so dankbar, dass du mir immer so eine Stütze warst und mich durch den Buchführungs- und Bilanzierungsdschungel geleitet hast. Irgendwie bist du halt ein fester Bestandteil des Nice Screams geworden. Habe ich doch wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Und dann wollte ich dir einfach einen kleinen Silvesterkuss geben, vermutlich so als Dankeschön und so. Ja, das war das beste Dankeschön, das ich hier bekommen habe. Noch besser als jedes Gratiseis. Ich fand es jedenfalls auch sehr schön, dich durch den Bilanzierungsdschungel zu leiten und natürlich auch den, naja, du weißt schon, Kuss. Und von mir aus können wir auch exakt genau hier weitermachen. Also getreu unser Motto, peu à peu. Bibi schaut Bill etwas nachdenklich, aber lächelnd an. Hat sie etwa doch endlich gefallen an der Buchführung und vielleicht auch an Bill gefunden? Vielleicht, liebe Buchführungsfreunde, ist nicht nur ein neues Geschäftsjahr angebrochen, sondern auch eine neue Ära in der Beziehung von Bibi und Bill. Ich habe so ein Gefühl, dass das neue Jahr viele Erfolge verspricht, nicht nur bei ökonomischen Sachverhalten. Aber jetzt muss ich erst einmal Schlaf nachholen. Und auch ihr habt euch eine kleine Pause verdient, denn schließlich wart ihr genauso tapfer wie unsere liebe Bibi und habt euch unermüdlich durch das erste Geschäftsjahr des Nice Cream gebucht. Na dann, bis hoffentlich ganz bald. Bis zum nächsten Mal.